Jo! Welche persönliche Motivation steckt jetzt genau heute dahinter, die Zeit zu investieren? Gehört zu werden, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gehört zu werden. Leute, die mehr Interesse zahlen, auf einen drauf zu gehen. Einfach sich das mal anhören, was wir zu sagen haben. Ja, wir haben selber, wir haben immer noch 300 Bastschweine gehabt. Wir haben es aufgehört, weil man bei 300 Stück wahres Geld drauf zusetzt. Und dann kann man das besser sein lassen. Anstatt Geld hochbringen zu arbeiten. Das macht eigentlich ein bisschen traurig, oder? Natürlich. Natürlich. Mein Vater, der ist mit Herzblut dabei. Mit so einem kleinen Lohnunternehmen. Wird die Zeit geben. Wir haben immer auch kleinere Bauern gebaut und so. Aber wenn die jetzt alle kaputt gehen, dann ist das mit dem Lohnunternehmen auch bald anhanden. Das war ganz stark. Und dann sind wir Believe nicht. Das war ganz stark. Wir haben alles zu, was ihr mit dem Lohnunternehmen. Wir haben natürlich auch eine Artjaarung. Und dann sind wir mit dem Lohnunternehmen. Untertitelung des ZDF, 2020